Kasami, hau ab! Also du warst das. Es geht ein unbekannter Bombenleger um. Er scheint zu Russland Beziehungen zu haben. Er nennt sich Blamnya. Es war eine Falle, um Amoro herauszulocken. Ich erinnere mich an diese eine Woche. Diese Woche mit ihm. Das behältst du aber für dich, Conan, ja? Vier von ihren Polizeikameraden sind gestorben, oder? Hey! Unterbrech mich nicht! Ich warte dann unten auf dich. Leben wurden aufs Spiel gesetzt. Ich kann ihn das nicht durchgehen lassen. Das schicksalhafte Feuer, das erneut auflodert und ein alter Feind betreten die blutige Bühne von Tokio. Belehrt ein Detektiv nicht, wenn er beschließt, den Fall aufzugeben? Die, die ich am allermeisten liebe, vom ganzen Herzen ist. Gerade jetzt verwandelt sich das festliche Halloween zu einer Nacht des wahren Schreckens. Oh nein! Dich werde ich nicht auch sterben lassen. Usma, lass ich dich nicht davon kommen. Ich lasse dich nicht mehr machen, was du willst. Der neueste Detektiv-Con-Film. Die Halloween-Braut. Mach du den Rest, Kleiner! Was hast du vor? Amaro!